Ja, hallo. Ist noch alles da? Wir haben... Auf. Red Villa. Ach, aus meinem Finish-Video. Drei Tage. Komm, werde ich annehmen. War es noch ein bisschen was? Drei Tage? Das sollte machbar sein. Okay. Wir heizen jetzt erst mal die Sauna an. Ach so. Stimmt, ist ja wieder die furchtbare Steuerung. Komm mit hier. Mensch. Na los. Na los. So. Und da hin. Und damit hier... Ja, die können wir noch hinsetzen. Und Tisch, ja. Okay. Gucken wir mal. Noch mehr Platz. Erstmal noch so, bis wir hier soweit fertig sind. Wischen. Ähm. Wischen. Oh. Oh. Wo ist er? Wo ist er? Da. Wo bist du? Wo bist du? Genau. Du Heiland. Ähm. Ähm. Ich war ja erst einkaufen. Das ist das Gute. So. Oh. Danke. Danke. Boah. Jetzt hat die ein Geschenk gekriegt. Ah. Ist gebrochen. Ja. Machen wir gleich. Ähm. Haben wir. Gut. Steuerung. Lange Matte ist gebrochen. Danke. Die Schmollecke. Oh. Du bist da gerade drauf. Kommen wir erstmal ein paar Tage wieder mit hin. Okay. Okay. Unbedingt jemanden, der meine Sachen repariert. Muss ja heute Nacht mal ein bisschen umstellen hier. Zack. Alter. Kostas Geld, ne? Okay. Weg. So. Können wir jetzt noch irgendwas wegwerfen? Jo. Punkt. Ah. Das muss mehr werden, Leute. Ihr müsst mehr ausgeben. Boxy weg. Sehr schön. Okay. Hätten wir das. Schuhe nehmen. Mehr Schuhe nehmen. Typ benutzt Gerät. Gerät falsch. Sind wieder Überhand. Mal nachfüllen. Nicht genug Platz für mich. Jawohl. Ja, war klar. Mal eine Kreatin hin. Wo war noch Kreatin? Boom. Maßgainer. Steht noch einer. Dann machen wir da eine Kreatin hin. Maßgainer machen wir da hin. Das gucken wir uns mal von weit hin an. Das ist mir zu schnell leer. Nicht richtig, Alter. Ich kauf mir hier alles leer. Was ist denn bei euch nicht richtig? Hier mal ein paar Vitaminen drauf. Ich mach den Scanner. Zack, Zeug. Was kommt noch da? Was? Und mehr Diebe hier, ne? 20.000. Was hast du noch? Ich muss gleich noch Zeug holen. Oh, ey. Ah, komm. Gib mir einen Strafzettel. Bitte. 1.000. Vandalismus. Ey, der ist mir ja den Weg gelaufen. Witze. Ja, kauft ruhig. Also. Okay. Ich guck mal schnell noch ein bisschen Erweiterungssubstanzen. Mh, mega dunkle Ecke. Ja, komm. Gib mir Zeug. Nach 20 Uhr kommen keine Kunden mehr. Okay. Nach 20 Uhr kommen keine Kunden mehr. Da ist die Maus. Da ist die Maus. Okay. Zack. Wenn ich noch Zeug hab, ist alles in Ordnung. Ich glaub, die kauft nicht. Oder? Zweimal Vitamine. Okay. Gut. Sehr geil. Ich weiß nicht. Oh, Mann. So. Fern. 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 Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Zack. Zack. Das ist das Menü, ne? Das ist ja nicht automatisch wieder umschaltet. Mal hin. Da schwebt es nicht mehr davon. Und eins dahin. Ah, ich muss ein bisschen Platz schaffen halt, ne? Oh, Mann. Zack. Zack. So, ich muss das machen. Das ist zum Kotzen. So, bitte ich hinstellen, zack. Okay, wir haben jetzt hier eine kleine freie Ecke. Ich würde sagen, das ist gut so. So, das, 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 gut, dazu. Können wir noch was machen? Nö. Jetzt gehen wir jetzt mal einfach schlafen. Jetzt ist einfach bei drei Tagen soweit durch. Hier oben noch irgendwas rum. Hoffentlich. Jetzt weg im Inventar. Den Scheiß, den Scheiß. Da hin. So, einmal die Räume durchgucken, ob die Leute nicht wieder irgendeinen Scheiß verloren haben. Anscheinend zu viel. Jeder gab schon wieder auf die Nase. Jetzt ist alles da. Sehr schön. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Die Putzklon ist unterwegs. Das wäre jetzt cool, wenn ich jetzt drauf gehen könnte, ne? Das wäre mega cool. Gut gemacht, sehr schön. Und er wartet am Eingang. So. Verfrügelt ihr gleich? sehr gut wo wieder einer durch die Gegend läuft ok Inventar können wir noch aufhängen Poster habe ich zwar schon, aber ist ok gut bin sofort wieder was haben wir noch schon jetzt hier ich bräuchte mehr gibt es nicht irgendwie noch habe ich schon ok ich brauche noch mehr Laufbahn ich brauche noch eine Schrägbankpresse so Flasche Leute das ist nicht geil mit eurem Zeug hier rumfliegen lassen so wie sieht es hier oben aus müsste es hier oben noch eine richtige Umkleide geben ist doch hier nicht nett sitzen aber die können ja zum Beispiel mit dem Handtuch rumrennen hier oben genau so sieht eine richtige Massage aus warten warten Geil zack Müll habe ich habe ich noch Multivitamin Mann heute wollen sie aber kein Geld ausgeben oder 10.000 ich muss aber schon 25 jeden Tag machen 30 ich bin schon wieder Schuhe ich muss euch beklatschen ich muss euch beklatschen mit du hast du noch was ja du hast noch alles gut gemacht Marscanner ist leer komm ich weg wenn man sich die Leute wissen optisch muss mal zum glaube ich wird die Nachbar bei dem Typen mal einbrechen nur mal 8 Kunde ist zu laut kriegt das aufs Maul Müll zack drin mal gucken Lost in Found Sachen vielleicht noch irgendwen der kaum noch eine gute Stimmung hat der säuft klasse cool das Wasser mach ich nicht gut es läuft sieht gut aus wir wollen mal durchrennen ob alles in Ordnung ist euch geht's gut ja kaufen sie kaufen 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 läuft das läuft ich noch eine Sonnenbrille rum das gute Drogen geht aber hätte ich kaum noch was anderes verkauft geil oh da muss ich noch ein bisschen trainieren einmal nach rechten Ordnung suchen wird die wieder irgendwas hingestellt haben ja so funktioniert aber Solarium nicht Leute dann bin ich raus okay dann können wir mal zu machen jawoll morgen muss richtig scheppern ich hoffe morgen kommen sie noch ein bisschen Trennbo oder sowas schon ein bisschen peinlich ne wenn du nicht bezahlen kannst willst ich sag mal so eher wollen ist doch schon zu oh muss natürlich richtig klingeln in der Kasse na das Stereo Wasser ja keine Vitamine mehr komm wir holen uns mal Vitamine Vitaminski man muss es für über 20.000 geben ne äh holen wir mal 8 das reicht und so gibt ja keiner mehr gut gut auf den Laden liegt hier noch was rum nö gucken ob ich das gewinne äh bäm ja so viele scheinen hier nicht zu sein und daueraufgeler den ganzen Kram ich wollte die Nacht ja nicht nutzen um bei meinem Vater einzubrechen aber ist okay ich hole mir mein Geld wieder wenn ich das nicht äh bekommen sollte Minsky nicht heute nachher wer hier erwischt hat der eine Schriekbank sind nur Strott hier oder ja die ist schön die Tür hinten noch offen Moment gibt es jetzt hier schon irgendwas Neues hat der Kumpel hier irgendwas teuerne Schriekbankpresse das kostet richtig Asche ah komm schreien an irgendwas was hier rumfliegt nö oh zu zeuge Leute wenn es doch jemand gibt der nicht abonniert hat erzeugungskraft sehr schön immer noch Vormittag das hält sich noch ein bisschen in Grenzen geht das quer sub geschlossen zack komm wenn du Zeit hast ich hab dich eingeladet genau erstmal schön zusammenschreien Leute Grandpas Gym Saloon äh ein V-Sync ne closed open muss ich irgendwas nachführen ich muss erstmal die Wette gewinnen haben die Leute irgendwas fallen lassen nö die Puzzis sind gerade unterwegs was sagt eigentlich Stimmung hier wir werden besser zu geil was am Arsch nö nö da hab ich dafür einen Trainer alle 100% geil da hab ich mittlerweile schon alle Gegenstände die sie verlieren können möglich Öl weg eine Wette zu gewinnen kauft ein bisschen Trennbo 1000 ist zu wenig das Gym ist voll das läuft noch ein paar Schüchen schreit dir mal an verlieb dir mal Gegenstände gefällt mir jetzt verkauf ich die einfach ist hier oben noch irgendwas was liegen geblieben ist nö warten hier mal fleißig geil hier noch irgendwas rum jetzt geht's los jetzt sind die Stammgäste da jetzt geht's los jetzt bin ich wie der Müllmann jetzt geht's los es wird es wird besser hab ich doch hab ich doch da Eule hab ich alles da fixen Cowboyhut na Vitamine äh i kann ich doch garantiert ein Tisch entstellen just do it hier ist 20.000 ich muss noch ein bisschen abwarten Sonnenbrille oh hier ist einiges einiges Pain jetzt ist die Sache die Tage spätestens nach drei Tagen musst du ja auch mal durchsaugen jetzt geht's los vielleicht da kommt was hin da kommt was hin da ist halt nur sorgen dass es abgefüllt ist ne komm Boxi weg kann sich auch nicht laden komm bisschen was geht noch Leute bisschen was geht noch dann können wir hier ein bisschen aufrüsten komm 35 geht 35 35 jetzt will ich's wissen jetzt will ich's wissen die nächste Erweiterung die nächste Erweiterung soll ich hier noch was rum ah Schuhe jawohl wette gewonnen gib mir das Geld Junge kleiner Penner sehr gut bisschen davon noch dann funktioniert das gut ah jetzt sind die Wetten sehr anspruchslos an sich aufmachen ich hoffe es zählt auch das rufen wir erstmal nur ab mal jetzt oh Sauna ist am Start wer zählt auch das rein was ich schon ausgegeben hab wieder zählt der Tag heute noch das ist ja easy peasy und erwartet am Eingang nehmen sie das hin aber ganz viel davon ob der heute noch vorbeischaut gib mir all dein Geld Junge ich hab gleich hunderttausend auf der Bank alter Müll rausbringen zack sieht der Tag wohl heute immer noch rein ok gucken wir mal ein bisschen rum gucken wir uns also finden Libo Trust und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis denn ciao bis denn 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 Untertitelung des ZDF, 2020